Ostern nicht in der Bibel steht dass dies die festgelegten Feste sind die Jesus gehalten hat und daher die einzigen Feste die Christus Nachfolger halten sollten Die Heilige Schrift sagt jedoch nicht dass es Gläubigen verboten ist von Menschen geschaffene Feiertage zu halten die den Herrn ehren Tatsächlich sind die sieben Feste nicht die einzigen die Jesus gefeiert hat Er feierte auch ein von Menschen gemachtes Fest Das Lichterfest fand in Jerusalem statt Es war Winter und Jesus ging im Tempel spazieren Chanukka ist ein von Menschen gemachtes Fest Hier wird ein Ereignis gefeiert das Jahrhunderte nach der Fertigstellung der hebräischen Bibel stattfand Chanukka soll ein Gedenken an die Wiedereinweihung des jüdischen Tempels während dem Makabeer Aufstand gegen das Selokädenreich sein In dem Abschnitt aus dem Johannesevangelium sehen wir wie Jesus im Jerusalem im Tempel mit seinen jüdischen Mitbürger dieses Fest feiert Es ist also kein Problem wenn Christen die von Menschen gemachte Feiertage wie Ostern oder Weihnachten feiern solange ihre Motivation darin besteht sich an das zu erinnern und zu ehren was Jahwe für sein Volk getan hat Es bleibt aber immer noch offen die Frage nach den heidnischen Wurzeln des Hosterfestes Die Hosterfestes die Hosterfestes zu erinnern und zu erinnern die Hosterfestes die Hosterfestes